Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Jeder von uns kennt diese berühmten Worte innerhalb einer Trauung, die mich immer wieder berühren. In guten wie in schlechten Zeiten. Diese guten und schlechten Zeiten, die gibt es in jedem Leben. In der Ehe, in der Beziehung, in der Freundschaft, bei der Arbeit, in der Familie, natürlich auch im Kloster und im ganz persönlichen Glauben. Diese guten und schlechten Zeiten werden auch im Alten Testament einmal thematisiert, wo das Volk Israel in der Wüste unterwegs ist. Und das heißt, die Israeliten sagten zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten durch die Hand des Herrn gestorben, als wir an den Fleischtöpfen saßen und Brot genug zu essen hatten. Ihr habt uns nur deshalb in die Wüste geführt, um alle, die hier versammelt sind, an Hunger sterben zu lassen. Hier ist von diesen berühmten Fleischtöpfen Ägyptens die Rede. Die Geschichte wird verdreht. Es werden Dinge ganz bewusst umgetauscht, ausgetauscht, schön geredet. Denn Fleischtöpfe hatten die Israeliten, die immerhin als Sklaven in Ägypten waren, wahrlich nicht. Doch die Situation in der Wüste war auch nicht schön. Und so klagte und jammerte man und hat sich zurückgesehnt nach etwas, was es nie gegeben hat. Gott ist trotzdem da geblieben. Die Hand des Herrn hat die Ägypter ausgerottet. Die Hand des Herrn hat die Israeliten durch die Wüste geführt. Die Hand des Herrn hat Gut und Böse geteilt und hat die Menschen, die auf den Herrn vertraut haben, durch diese weglose Wüste geleitet. Und trotzdem, bis in unsere heutigen Tage hinein, bis in mein Leben hinein, sehnt man sich zurück nach Fleischtöpfen, die nie dagewesen sind. Vertrauen wir lieber auf den Herrn, in schlechten, besonders aber auch in guten Zeiten. Und lassen wir uns von ihm immer wieder, immer wieder anleiten. Vertrauen wir darauf, dass seine Hand auch heute noch das Gute vom Bösen trennt. Dass seine Hand auch heute in unserem Leben noch Segen gibt. Und vertrauen wir besonders auf diese segnende Hand, auf diese führenden Hand, wenn es einmal schwer ist im Leben, wenn es gerade schlechte Zeiten sind. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Herr, lass uns im Hier und Jetzt leben, mit der Ausrichtung auf dich und nicht in einer Vergangenheit, die so oder so gewesen ist. Du schenkst uns heute deinen Segen. Du führst uns heute mit deiner barmherzigen und liebenden Hand durch die Zeit. Hilf uns, auf dich zu vertrauen, im Glauben auf dich zu vertrauen. Und hilf uns, dass wir uns von dir führen und leiten lassen, damit wir all unsere Sehnsucht auf dich richten. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!